heute habe ich mal wieder einen deutschen fall für euch mitgebracht und es gibt ja einige die immer sagen mach doch bitte dokus die stream mit schnitte die lenken mich ab weil ich deiner kamera bin aber ich mache das nur bei den fällen bei denen es sehr wenig bilder gibt so dass ich daraus keine doku basteln kann und so ist es auch hier denn bei den deutschen fällen ist es immer sehr schwer an fotomaterial zu kommen und stock footage will ich ehrlich gesagt nicht so benutzen um so ein video zu füllen heute sprechen wir über den pausenbrot mörder klaus o es ist mittagspause beim armaturen hersteller arie südlich von bielefeld und simon greift wie so oft zu seiner brotdose doch auch heute muss er hungrig bleiben schon mehrfach musste er in letzter zeit sein pausenbrot weg schmeißen weil er merkwürdige krümel auf dem belag entdeckt hat mal hat er gedacht dass die wurst schimmelt mal das dreck draufgekommen sei jedes mal hat er es weggeworfen so auch heute aber simon ist verwundert er hat doch morgens erst geschaut dass kein dreck drauf ist und dass die lebensmittel alle noch gut sind was kann es also jetzt noch sein auch wenn die frage noch so banal zu sein scheint lässt sie simon nicht los unwissend dass sein pausenbrot einen der rätselhaftesten fälle deutschlands aufklären wird und endlich die frage beantwortet warum so viele seiner kollegen mittlerweile schwer krank sind es ist sommer 2016 semester ferien doch nick genießt nicht wie seine mit studierenden die vorlesungsfreie zeit er arbeitet als werkstudent in der armaturen firma ari nick hat bereits seine ausbildung zum industriemechaniker im unternehmen absolviert nach der ausbildung wollte er allerdings sein fachabitur nachholen und beginnt im anschluss sein maschinenbaustudium seine ausbildungsfirma ist nick allerdings treu geblieben während des abiturs arbeitet er in den schulferien bei ari und auch während seines studiums übernehmen sie ihn als werkstudenten in seiner freizeit später 26 jährige handball er verbringt viel zeit mit seinen eltern und seinen brüdern geht gern auf konzerte und gilt als unternehmungsfreudig und lebensfroh am 29 juli 2016 ändert sich sein leben allerdings von einem auf den anderen tag nick muss die arbeit früher als sonst verlassen es geht ihm schlecht er ist schwach und zu hause muss er sich mehrfach übergeben seinen eltern berichtet er von einem taubheitsgefühl in den finger gucken und in den folgenden tagen zieht sich dieses taubheitsgefühl sogar bis in die unterarme zwei wochen fühlt sich nick müde schwach und antriebslos die meiste zeit muss er im bett oder auf der couch verbringen sein hausarzt ist überfragt er vermutet dass nick überlastet ist und an einem vitaminmangel leidet doch nicks zustand wird nur noch schlimmer er kann sich kaum noch aus dem bett hochquälen er ist müde und erschöpft hält sich nur noch wackelig auf den beinen bis er schließlich gar nicht mehr eigenständig gehen kann und nur noch einzelne worte herausbringt ärzte und ärztinnen sind überfragt was der auslöser sein könnte was mit dem sonst so lebensfrohen jungen mann innerhalb so kurzer zeit geschehen sein kann sie vermuten eine kleinhirnentzündung weitere untersuchungen können das allerdings nicht bestätigen stattdessen müssen sie plötzlich ein akutes leber und nierenversagen an nick feststellen ende september 2016 wird nick das erste mal auf quecksilber überprüft die vermutung bestätigt endlich dass was der auslöser für nicks extremen krankheitszustand sein kann er hat eine quecksilber vergiftung später wird festgestellt dass diese so stark ist wie bisher bei nur drei weltweit bekannten fällen aus den letzten 100 jahren doch der befund ist mittlerweile zu spät nick stammhörn ist inzwischen irreparabel schwer geschädigt er fällt ins wachkoma muss über eine magensonde ernährt werden und ist innerhalb weniger wochen zum pflegefall geworden seine eltern haben die polizei eingeschaltet die ermittelt aufgrund der quecksilber vergiftung allerdings ohne ergebnis seine eltern leben nun in ständiger angst was für die vergiftung verantwortlich sein könnte etwas in ihrem haus werden sie auch schon seit jahren vergiftet nach drei monaten klinikaufenthalt in dem er dreimal reanimiert werden muss kehrt nick zurück in sein elternhaus seine mutter und sein vater müssen nun rund um die uhr ihren sohn pflegen der monate zuvor noch handball spielte unternehmungsfreudig war und studierte udo geht es seit jahren schlecht der früher so gesunde mitarbeiter des armaturen herstellers ari leidet seit anfangs 2015 unter bauchschmerzen mahnkrämpfen und verstopfung schon mehrfach musste er stationär behandelt werden das klinikpersonal stellt blutarmut bei ihm fest aber eine erklärung für seine bauchschmerzen die sich im krankenhaus immer verbessern finden sie nicht sobald der alltag wieder einzug hält und udo aus der klinik entlassen ist kommen die schmerzen zurück mittlerweile muss er sich häufig sogar auf der arbeit erbrechen er leidet unter konzentrations schwierigkeiten und unter ständigen kopfschmerzen medizinisches fachpersonal ist überfragt niemand kann sich erklären was der auslöser für udos leiden sein könnte auch nicht als dazu anfang 2018 noch ein nierenversagen festgestellt werden muss udo ist seitdem arbeitsunfähig und seine körperliche leistung stark eingeschränkt er ist so schwach um seiner frau im haushalt zu helfen was ihn psychisch stark belastet auch finanziell steht das ehepaar vor einer herausforderung udos gehalt ist weggebrochen und gleichzeitig stehen er und seine frau vor neuen finanziellen ausgaben er muss täglich viereinhalb stunden zur dialyse und kosten für eine psychotherapie muss er selbst tragen udo darf nur noch schon kost und ein liter flüssigkeit am tag zu sich nehmen und ihn quillt dadurch ein ständiges durstgefühl auch kognitiv ist er eingeschränkt und er leidet unter wortfindungsstörungen während udos leben vier jahre zuvor noch glücklich und erfüllt war und er mit seiner frau die zeit genossen hat bestimmen nun die erlösen klinikaufenthalte und therapien sein alltag und niemand kann sich erklären warum udo so schwer krank wurde simon arbeitet schon seit jahren als industriemechaniker bei ari er ist mitte 20 und sportlich aber das ändert sich von einem auf dem anderen tag anfang 2017 bemerkte einen drastischen einbruch seiner körperlichen leistung seine 18 kilometer jogging strecke die er sonst ohne anstrengung laufen konnte schafft er nicht mehr allein treppen steigen fällt ihm plötzlich so schwer er leidet unter atemnot appetitlosigkeit bauchschmerzen und übelkeit sein hausarzt stellt einen sehr hohen keratininwert fest und überweist ihn auf verdacht einer niereninsuffizienz ins krankenhaus mehrere monate muss sich simon zum teil schmerzhaften untersuchungen unterziehen bis er endlich wieder entlassen wird und hofft dass er in sein normales leben zurückkehren kann nur wenige monate später ist er wieder im krankenhaus er leidet an akutem nierenversagen niemand im krankenhaus kann sich erklären wie sich der gesundheitszustand des jungen mannes so schnell so rapide verschlechtern konnte doch es sind symptome die simon bereits kennt mehrere seiner kollegen klagen über die gleichen probleme was wenn etwas am arbeitsplatz ist was eine gefahr ist simon erinnert sich an einen vorfall ein jahr zuvor sein kollege udo und er hatten ihre wasser milchig trüb vorgefunden und schmeckte süßlich zu diesem zeitpunkt hatten sie es auf den vorher getrunkenen kaffee mit milch geschoben und einfach weggeschüttet aber was wenn etwas im getränk war wie oft haben sie vielleicht etwas getrunken oder gegessen und nicht bemerkt dass vielleicht damit etwas nicht stimmt immer wieder sind simon schließlich die krümel auf seinem pausenbrot aufgefallen weil dunkel und grobkörnig wie pfeffer mal weiß und fein wie puderzucker wenn es bemerkt hat er seine brote weggeworfen aber wie oft hat er vielleicht etwas nicht bemerkt er äußert seinem chef und dem betriebsrat den verdacht die daraufhin eine kamera im pausenraum anbringen als simon das nächste mal ein seltsames pulver auf seinem pausenbrot findet geht er sofort zur polizei und diese haben eine erschreckende nachricht für ihn simons pausenbrote sind mit blei acetat vergiftet wurden ein hochgiftiger stoff der unter anderem auch als bleizucker bekannt ist da blei acetat trotz seiner hohen toxizität bis ins 19 jahrhundert wegen seiner süße als günstiger zuckerersatz verwendet wurde und vor allem weine damit gepanscht wurden was vermutlich auch die ursache für ludwig van beethoven's schwere krankheiten und sein tod ist jemand hat also simons und vermutlich auch udos und nix essen bei der arbeit vergiftet ein schock für die firma und die angestellten doch dank der videoaufnahmen haben sie nun gewissheit sie sehen wie simons brotdose im pausenraum steht wie ein mann dieser öffnet und ein briefumschlag aus seiner tasche holt wie ein weißes pulver auf die innenseite seines pausenbrot streut und wie er alles wieder zusammen packt als sei nichts gewesen und sie sehen auch genau wer der mann ist der seine kollegen vergiftet und sie scheinbar leiden und sterben sehen will klaus o der seit fast 40 jahren im unternehmen arbeitet klaus o ist ein mensch der zwar jeder in der armaturenfirma kennt aber niemand weiß wer wirklich hinter dieser person steckt klaus o wächst in schwierigen verhältnissen auf seine mutter ist psychisch auffällig und mit der erziehung von klaus und seinen beiden geschwistern überfordert sie führt selbst gespräche schreit manchmal imaginäre personen in der küche an unser schmerztabletten abhängig sein vater arbeitet viel ist wenig zu hause aber versucht für die kinder da zu sein aber auch er scheint damit überfordert zu sein es gibt in der familie keine strukturen die kinder wachsen ohne feste essens und schlafen zeiten auf und der vater kümmert sich nicht um die hausaufgaben oder das äußere erscheinungsbild der kinder auf die psychischen probleme seiner frau reagiert er manchmal mit resignation manchmal mit gewalt die kinder müssen mit ansehen wie ihr vater ihre mutter schlägt klaus o will als erwachsener anscheinend seine kindheit hinter sich lassen und es bei seinen eigenen kindern besser machen mit seiner 15 jahre jüngeren frau gründet er eine familie er gilt als liebevoller aufmerksamer vater der sich nicht scheut hilfe zu holen bei eheproblemen gehen die oster eheberatung erst mehrfach in neurologischer und psychiatrischer behandlung und er geht gegenüber seiner frau offen damit um dass er zu anfang probleme hatte seinen zweiten sohn der 2015 geboren wurde und dann trisomie 21 leidet zu akzeptieren zu anderen personen als zu seiner frau und seinen kindern hat der 57 jährige hingegen kaum kontakt nach dem tod seiner eltern hat er den sowieso schon sporadischen kontakt zu seinen geschwistern abgebrochen freunde hat er kaum während der ehe kommt es auch zum zerwürfnis mit den schwiegereltern die nachbarschaft beschreibt ihn als verbitterten mann und die freundinnen seiner frau als wortkarg und in sich gekehrt auch innerhalb seiner firma in der klaus o seit 38 jahren arbeitet beschreibt ihn sein team als eigenbrötler er ist fleißig hilft seinen kollegen wenn sie fragen haben und sein chef kommt zu ihm wenn er eine schwere aufgabe hat über sein privatleben jedoch weiß niemand etwas er redet nur wenn er angesprochen wird und dann nur über arbeit fragen über sein leben blockt er ab sein team hat das mittlerweile akzeptiert sie kennen ihn ja nicht anders streit oder auseinandersetzung hat er bei der arbeit nie im späteren prozess wirft dieser aspekt eine menge fragen auf was könnte klaus o gegen seine arbeitskollegen gehabt haben warum wollte er die menschen vergiften mit denen er täglich zusammenarbeitet am 16 mai 2018 wird klaus o festgenommen er verabschiedet sich nicht von seiner familie er ruft seiner frau nur anwalt zu doch die polizei weiß sofort dass sie den richtigen mann haben in seiner tasche hat er eine glasflasche mit weißem pulver und der aufschrift blei a blei acetat als die polizei das haus der familie o durchsucht finden sie im schlafzimmer aufzeichnung zu chemischen stoffen und versuchsanordnung auf seinem laptop sehen sie seine bestellung von chemikalien welche er sich an eine poststation liefern lassen hat und sie finden die google suchanfragen so mit hyl quecksilber symptomen und blei acetat herstellen im halskeller des hauses in einem großen brett wodurch es nicht einsehbar ist machen sie dann auch die unfassbare entdeckung ein chemielabor in dem er seine gifte hergestellt hat eine spezielleinheit in abc anzügen muss das giftlabor des industriemechanikers räumen und die giftigen schwermetalle sicherstellen die gefährlicher sind als kampfstoffe die im zweiten weltkrieg eingesetzt wurden darunter sind quecksilber blei acetat cadmium sowie das nervengift demethyl quecksilber dessen schwere toxizität und gefahr es spätestens seit dem schicksal von karen weatherhahn weltweit in die schlagzeilen geschafft hat 1996 hatte die us amerikanische chemikerin während eines experimentes drei tropfen dimethyl quecksilber auf ihrem latex handschuh bekommen was trotzdem von der haut resorbiert wurde wenige monate später starb sie daran wodurch die verwendung von dimethyl quecksilber in vielen bereichen eingestellt wurde das entsetzen ist groß in der firma ari als sie 700 angestellten erfahren dass einer unter ihnen sie scheinbar vorsätzlich quälen und todkrank machen wollte schnell wird während der ermittlung klar dass klaus o nicht nur simons pausen brote und getränke vergiftete sondern mindestens noch zwei weitere personen udo und nick niemand von ihnen weiß jedoch wie viele klaus o wirklich von ihnen vergiftet hat unter den angestellten gibt es noch dutzende weitere verdachtsfälle mitarbeiter die überraschend gestorben oder schwer erkrankt sind und innerhalb der firma gibt es auffallend viele menschen mit herzinfarkten und krebserkrankungen trotz eines 15 köpfigen ermittlungsteams können diese verdachtsfälle allerdings nicht vollständig aufgeklärt werden denn der angeklagte schweigt zu all diesen vorwürfen riesig ist deshalb das medieninteresse als 2009 der prozess gegen klaus o beginnt selbst internationale medien sind ins landgericht bielefeld angereist um vom pausenbrot killer wie die presse ihn mittlerweile nennt zu berichten seine mittlerweile schwer kranken kollegen simon und udo sowie nix familie beschäftigt während des prozesses vor allem eine frage warum warum hat klaus seine kollegen die er jeden tag gesehen hat mit denen er keine privaten verbindungen hat vergiftet warum hat er stillschweigend mit ansehen wollen wie es ihnen immer schlechter ging obwohl er wusste wer und was dahinter steckte doch auch während des prozesses gibt klaus o keine erklärung ab obwohl ein brief von simon verlesen wird in dem er seinen ehemaligen kollegen regelrecht anfleht ihm antworten zu geben schweigt der angeklagte und auch als nix eltern vor das gericht treten und von dem leiden und den qualen ihres sohnes berichten der nur noch als leibliche hülle seiter selbst existiert scheint klaus o keine reue zu zeigen der vorsitzende richter fragt nix vater wie sie mittlerweile geht und dieser antwortet das ist ein heikles thema leben will ich nicht mehr aber sterben darf ich nicht ich habe ja noch eine familie da kann man sich nicht einfach aus dem staub machen klaus o verzieht dabei keine miene erst als nix mutter spricht regt er sich das erste mal sie sagt dass sie ihm den seelischen schmerz wünscht den sie durchleben müssen aber nur ihm und nicht seinen kindern denn die können schließlich nichts dafür dass ihr vater ein irrer ist klaus o zieht nach diesen worten die augenbrauen nach oben als könne er nicht fassen was gerade gesagt wurde dem psychiatrischen gutachter verweigert klaus o ebenfalls eine aussage er muss seine einschätzung auf das auftreten des angeklagten im gericht und entfremdeten verwandten und mitarbeitern aufbauen klaus frau es war ebenfalls anwesend im prozess verweigert allerdings ihrer aussage die einblicke in das innere ihres mannes bringen könnten der heimtückisch seine kollegen vergiftete sie hat vom doppel leben ihres mannes nichts gewusst und es heißt auch dass sie nun von einem großen rätsel steht wer der mann ist mit dem sie jahre verheiratet war und der immer ein liebevoller vater für ihre kinder war der psychiatrische gutachter stellt fest dass klaus o weder schizophren noch wahnhaft sei auch eine krankhafte persönlichkeitsstörung schließt er aus er beschreibt den angeklagten als misstrauisch und zurückhaltend mit leichten autistischen zügen und kommt zum schluss ich finde bei herrn o nichts was ihn aus psychiatrischer sicht entschuldigt er ist somit voll schuldfähig doch warum so ein mann der keine psychischen erkrankungen keine vorstrafen nicht mehr einen punkt in flensburg hat über jahre ein geheimes leben als giftmischer geführt haben ein klares motiv für klaus o's taten kann auch der gutachter nicht benennen er geht von einem sadistischen vergnügen und dem ausleben eines machtgefühls aus und sagt vor gericht mitleid sagt er nicht ich gehe davon aus dass er und seinen kollegen nicht potenziell lebenswürdige menschen sah sondern objekte das gericht vermutet somit dass klaus o seine kollegen als versuchsobjekte angesehen hat für ihn waren sie keine menschen sondern versuchskaninchen bei denen er täglich ihren langsamen körperlichen verfall beobachten konnte ihre verzweiflung und ihre qualen hautnah miterlebte während er die macht darüber inne hatte wer für ihre krankheiten verantwortlich war und steuern konnte wie schwer er sie vergiften wird die staatsanwaltschaft fordert im prozess eine lebenslange freiheitsstrafe für den mordversuch an nick n sowie der zweifachen schweren körperverletzung an simon und udo die ihr leben lang mit den folgen der vergiftung bezeichnet und einem erhöhten krebsrisiko ausgeliefert sind seine verteidigung plädiert hingegen auf neun jahre haft wegen gefährlicher körperverletzung auch sie haben es nicht leicht mit klaus o der auch mit seiner verteidigung nicht spricht am ende des prozesses greift der 57 jährige zum mikrofon alle anwesenden hoffen auf eine erklärung für seine taten oder wenigstens eine entschuldigung an seine opfer doch stattdessen spricht klaus o ich schließe mich der ausführung meiner verteidiger vollumfänglich an der einzige satz den er im gesamten prozess von sich gibt klaus o wird zu lebenslanger haft mit anschließender sicherungsverwahrung verurteilt da die besondere schwere der schuld bei ihm festgestellt wird ein besonders hartes urteil für einen mordversuch und schwere körperverletzung aber der vorsitzende richter ist sich sicher dass klaus o gefährlich ist ein mann der nie wieder frei kommen darf da die große gefahr einer wiederholungstat besteht zehn monate nach dem urteil spruch zeigt sich dass das urteil gerechtfertigt ist aus dem mordversuch wird mord im januar 2020 verstirbt nick n an den folgen der vergiftung nachdem er drei jahren wachkummer lag und um sein leben kämpfte